Let's go! Ach wollen wir? Wo? Die Fassbundplätze sind auch fast ausgegangen, ne? Was ist ausgegangen? So viele Synen haben wir gar nicht mehr. Oh, ich verheddere mich ja jetzt schon. Ah, wirklich nicht. Scheiß Kabel. Chris, sag mal was. Hallo. Stimmt, Chris hat schon lange nichts mehr gesagt. Mhm, den hört man auch irgendwie nicht. Lenkt mich. Achja, die Tür geht ja jetzt auch so komisch auf. Der kleine HZ geschrottet. Hallo. Da ist er. Hallo. Wait, what? Die haben jetzt das Haus geändert. Wir haben das Haus geändert. Die Tür hier. Die war früher in der Küche. Hä? Ich hab die Gerache. Das sieht auch leicht anders aus jetzt. Interessant. Wäre cool, wenn das random wäre. Ah, hier ist der Strom. Strom ist an. Ja, mach mal nicht überall Licht an. Ich sind nur ein Geister auf. Was? Überall Licht an? Okay. Okay. Tut mir ja auch. Alles klar. Ich will drehen. Dein Ernst? Warte, du scheiße. Ah! Oh, du klingt verdummt. Wenn ich die Tür zu mache. Junge! Das sah das scheiß Licht aus. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ist dein Geist hier? Wo bist du? Hoffentlich kommt er auch noch rechtzeitig. Wo bist du? Nee! Was? Man kann die nicht zuhalten. Was bist du hier? Oh! Alla! Fünf! 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 Er hat den Finger in die Tür zu halten. Jetzt ist hier gefingert. Haben wir UV? Bist du hier? Nein, ist das UV in deiner Hand? Im Van. Nee, ne? Im Van. Scheiße. Dann brauche ich das hier nicht mehr. Ich hole schnell. Machen wir Licht aus, Junge. Ich muss Ort suchen. Licht aus. Aktivität war kurzzeitig auf 10. Geisterort. Ich finde die UV-Lampe nicht im Van. Muss man die jetzt extra kaufen? Ich kann da nicht auf dem Boden liegen. Ich muss schnell den Fingerabdruck checken. Nichts. Aber vielleicht ist es schon weg. Also es könnte noch ein Fingerabdruck sein. Ich hätte einfach ein Foto machen können. Verdammt. Du hast gesagt... Ein Fingerabdruck hast du gesehen? Oder wie meinst du? Oh mein Gott! Was? Ich habe Schlüssel schon. Ja. Dagegen habe ich nichts. War aber eine Fake-Jagd. War eine Fake-Jagd. Wurde sie mal in die Hose jetzt voll. Haben wir jetzt alle Beweise? Oder? Nein. Wir haben da nicht mehr einen Fingerabdruck. Ah. Sanity... Entweder für Fingerabdruck oder... Ach ja, Mann! Dieses Scheiß-Journal! Das macht dir Gewohnheit. Was? EMF. Orb. Das Gute ist, es kann... Keine Mimik sein durch das EMF. Ich stelle mir den Dots auf in dem Raum. Ja. Ich komme mit dir. Mit Kruzi. Und der Bibel. Was konnte es noch sein? Fingerabdruck und? Dots. 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 Ich muss mal auf Schalten. Warum nicht auf Gedrückt halten? So. Ja, wir haben ja auch. Das lassen. Da muss ich gleich mal in der Anstellung gucken. Gib uns ein Zeichen. Fingerabdruck mal auf die Tür. Aber nicht jetzt. Ich muss mich kratzen. Okay, jetzt darfst du. Was ist denn das Verhalten von Obak und dem anderen? Vielleicht sollten wir das mal gucken. Mach du mal. Ich guck Fingerabdruck. Oh Barke, was kann der denn? Wollen wir denn in den Dots? Ach da! Wo ist denn die Videokamera, dass wir da durchgucken können? Da erkennt man... Oh, er hat die Tür gefingert. Kein Abdruck. Reit, du bist schneller bei elektronischen Geräten. Also sollten wir vielleicht den Strom ausmachen. So. Ich glaube es ist der Dots, weil er spielt hier mit der Tür und es kommen keine Fingerabdrücke. Wo ist die Videokamera? Die habe ich hier in den Schrank gestellt, dass sie hier so alles sieht. Vielleicht sollte einer da durchgucken. Oder im Van durchgucken. Ich opfere mich gerne. Nein. Bin schon weg. Das ist so typisch für Chris. Ja. Fürs Team opfere ich mich, ja? Shut up. Ja. Ich möchte aber lieber hier in dem Raum stehen. Ich muss eh nochmal zurück wegen Sanity also. Natürlich. Ja, die ist zu hoch bei mir. Also der Geister opf steht da noch monto um mich vor, aber ansonsten sehe ich nichts. Oh Gott. Gib uns ein Zeichen. Da habt ihr alle Zeichen. Alles gut bei euch? Ja. Schild ist doch wieder vorbei. Ja. Ja Daniel ist tot. Wie Daniel ist tot? Hä, der steht hier nicht. Fake News. Fuck, der steht hier. Daniel ist tot. Wieso ich? Das war ich nicht. Weil du dich verbläst hast. Ihr habt nie aufgepasst. Da fliegt der Daniel. Hallo. Wir sehen dich Daniel. Hör mal wer der hämmert. Ich find du bist jetzt dran. Wie? Ich? Ja, du hast dich hier wie so ne kleine Mimöse verpieselt also. Wir müssen ja eh noch beide rein, wir kriegen Team Sanity sonst nicht unter 25. Ach, natürlich müssen wir beide rein. Irgendwo hab ich die UV-Lampe gedroppt. Ja, die liegt hier. Dann weglaufen. Sieh das? Ja. Cool. Da ist der Daniel. Hallo Daniel. Könntest du was sehen? Haben wir eigentlich das Cursed Item schon gefunden? Vielleicht sind das hier Tarot-Karten. Ne, ich glaub die sind immer hier drin. Ah, wo hat der denn gejagt? Hier sind doch Kruzifixe. Aus der Garage. Ja, aber hier sind zwei Kruzifixe. Vielleicht hinterm Auto. Vielleicht gehen die nicht so weit. Was ist das? Was ist das Fake? Was ist das Fake? Hier die Tür. Ich mein, das müsste Dotz sein. So oft wie der schon daran umgespielt hat. Wenn der nächste stirbt, dann machen wir Dotz, okay? Hallo, wieso kann ich grad nichts aufnehmen? Was ist das? Ich guck mal weiter nach dem Cursed Item. Oh mein Gott. Hör auf Daniel, hör auf um das Ohr zu hauchen. Ist nicht nett. Nicht nett, sag ich dir. Jo. Upsi. Ha. Jo. Warte, haben wir das kurz zurückgeblühen. Über einen hab ich ein Foto vom Geist gemacht, während der uns Fake gejagt hat. Ich hab ihn im Dotz gesehen. Ein Raju. Ich geb euch noch ein paar Sekunden und dann hau ich ab. Oh, das können wir ihn nicht nehmen. Schau. Okay. Okay, let's go. Oh, das können wir ihn nicht nehmen. Schau. Okay. Willkommen zurück. Ich hab ein paar Jobs für dich vorbereitet. Schau mal, kaum ist Chris tot, zeigt er sich im Dotz. Ja. Danke.